Herr Pofalla, was war das zentrale Thema heute der CDU-Präsidiumssitzung? Wir haben uns heute einvernehmlich darauf verständigt, dass wir eine Steuerreform in der nächsten Legislaturperiode wollen, die den Prinzipien einfach niedrig und gerecht folgt. Wir wollen, dass die Menschen mehr Netto vom Brutto haben und wir wollen die kalte Progression abbauen. Und darüber werden wir uns jetzt mit unserer Schwesterpartei der CSU unterhalten. Und im Sommer wollen wir dazu ein geeignetes und gutes Konzept vorlegen. Es gibt jenseits der Steuern weitere wichtige Themen in diesen Tagen, Stichwort zum Beispiel Föderalismus. Die Föderalismuskommission will in dieser Woche abschließen. Wir haben uns heute nochmal darauf verständigt, dass wir eine Schuldenbremse im Grundgesetz verankern wollen, weil wir der nachfolgenden Generation Gerechtigkeit gegenüber walten lassen wollen, indem wir die junge Generation von heute nicht mit Schulden überhäufen, die sie dann abtragen muss. War das Umweltgesetzbuch auch ein Thema? Über das Umweltgesetzbuch ist auch geredet worden. Es ist schade, dass es jetzt nicht verabschiedet werden kann. Der Bundesumweltminister Gabriel hat noch Ende der vergangenen Woche bestimmte Öffnungsklauseln für die Länder vorgeschlagen, die er am Wochenende bei der SPD nicht durchsetzen konnte. Und deshalb mussten jetzt ohne Öffnungsklauseln die Verhandlungen abgebrochen werden, weil sonst keine Chance besteht, dass die Bundesländer zustimmen. Spiegel Online meldet heute, dass die Industrie im Rekordtempo Arbeitsplätze abbaut. Wie sieht dazu die Antwort der CDU aus? Wir wollen Brücken zur Verhinderung von Arbeitslosigkeit weiterbauen. Deshalb ist es richtig, dass wir zunächst das Kurzarbeitergeld von 12 auf 18 Monate verlängert haben und wir jetzt in dem zweiten Maßnahmenpaket 50 Prozent der Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber übernehmen und wir sogar bereit sind, 100 Prozent zu übernehmen, wenn der Arbeitgeber wiederum bereit ist, den Kurzarbeiter während der Kurzarbeit weiter fortzubilden.